Die Schlacht von Scheiting fand im Jahr 228 zwischen den Streitkräften der Wei-Dynastie unter Cao Kiu und denen der Wu-Dynastie unter Eluxun statt. Verlauf Die Schlacht wurde von Sun Quan arrangiert dem Herzog von Wu. Er veranlasste im Sommer 228 seinen untergebenen Zhe Tau Ufang, den Großverwalter von Poyang, einen Aufstand vorzutäuschen und den Wei-General Cao Kiu um Hilfe zu bitten. Cao Kiu ließ sich täuschen und zog mit seinen Truppen zur Stadt Huan, während zwei weitere Armeen unter dem Kommando von Sima Yi und J.I.A.K.U.I. gleichzeitig in Richtung Yangling bzw. Ruxun nach Osten zogen. In Scheiting bei Huan überraschte der Wu-General Eluxun Cao Kiu, besiegte ihn und versuchte seinen Rückzug abzuschneiden. Am Pastiaschi im Dabi-Gebirge holte er ihn ein, aber J.I.A.K.U.I. kam Cao Kiu zu Hilfe und deckte seinen Rückzug. Eluxun erbeutete immerhin große Teile der feindlichen Ausrüstung, Waffen, Rüstungen und Proviant. Mit diesem Sieg war es UN-Quanz-Nordgrenze am Yangtze gegenüber Griffe der Wei-Dynastie gesichert. Vielen Dank.